Hallo, mein Name ist Marina Krieg von der Hundeschule Ostseepfoten aus Rostock. In diesem Video geht es um Beschäftigung bei Hitze und ich stelle ein paar Möglichkeiten für Hunde vor, die nicht ganz so wasserliebend sind. Wenn die Temperaturen steigen, sollten die Spaziergänge ja eher kürzer gehalten werden. Wie du deinen Hund dennoch angemessen beschäftigen, und vor allem auch abkühlen kannst, zeige ich dir heute in diesem Video. Hierbei soll sich der Hund auf ein nasses Handtuch stellen oder auch eine Sitz- oder Platzposition zeigen, damit er sich abkühlen kann. Du brauchst hierzu ein nasses Handtuch, das kannst du zum Beispiel vorher in eine Schüssel eintauchen und dann auswringen und ein paar Leckerchen. Breite zunächst das nasse Handtuch auf dem Boden aus. Dann lockst du deinen Hund mit ein paar Leckerchen auf das Handtuch drauf und sobald er darauf steht, bekommt er das Leckerchen. Anschließend lockst du ihn wieder runter und diesen Schritt wiederholst du ein paar Mal. Okay. Da mal. Komm her. Super, klasse. Prima. Okay. Und nochmal. Da mal. Komm her. Super. Gut gemacht. Prima.